Hey, hallo zusammen, wir sind hier eine neue Produktion von unserem Partner im Herzen von Kambodscha. Sponsiert durch die Elefosserie 2015. Wie ihr seht und hört, wird hier wie ein verrückt Job geschaffen. Zuerst mal ein riesen Dankeschön an euch alle, die uns dabei unterstützt haben. In den letzten paar Monaten war unheimlich viel los und es wird definitiv auch nicht ruhiger in nächster Zeit. Und genau aus diesem Grund gibt es hier ein kurzes Update für euch. Zuerst mal haben wir nach langer Suche aufs 2016 einen neuen Produktionspartner gefunden und sind im Osten von Europa fündig geworden. In Bosnien, genauer gesagt Pana Luka, haben wir ein Team von Designern, Künstlern und lokalen Schneider vereint in einem kleinen Familienbetrieb, der den gleichen Wert vertritt wie Elefbo und den Erfolg mit der involvierten Gemeinschaft teilen will. Zusammen haben wir bereits neue Produkte entwerfen, die mit der kommenden Serie diesen Sommer auf den Markt kommen. Wie ihr seht, haben wir das Produktionshäuschen von unserem Partner deutlich vergrössern können, um ihnen mehr Arbeitsfläche zu arbeiten und Raum für zusätzliche Maschinen zu geben. Wir haben bereits einen unheimlichen Einfluss auf die Leute, die mit uns zusammen arbeiten. Und wir wollen ihnen unbedingt noch mehr Know-how vermitteln, damit wir zusammen wachsen können. Wie ich sehe, hat es immer noch ein Haufen Material, das verschwendet wird. Das heisst, umso mehr Arbeit für Elefbo. Schon bald startet unsere Crowdfunding-Runde für die nächste Serie. Dort hast du die Möglichkeit, unsere Produkte zu einem vergünstigsten Preis zu sichern und dabei unsere Serie mitzufinanzieren. Bis dabei, wenn es in die nächste Runde geht. Ich sage jetzt schon mal, danke und bis dann.